Seit Juli 1996 beraten und vertreten wir gemeinsam, unterstützt von unseren qualifizierten Mitarbeitern, Unternehmen und Privatpersonen in einer Vielzahl von rechtlichen und steuerlichen Fragen. Unser Mandantenspektrum reicht von Privatpersonen, mittelständischen Unternehmen, Selbstständigen und Freiberuflern über Betriebsräte bis hin zu Vereinen. Besonders wichtig ist uns der direkte Kontakt zu unseren Mandanten. Wir vertreten Menschen, keine Fälle. Hinter dem Menschen oder seiner Firma stehen seine persönlichen Interessen. Wir helfen Ihnen gerne, diese zu verwirklichen. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen.